Aufgefallen ist es sehr spät, also im Bau erst, und dann haben wir uns eben Gedanken machen müssen, wie löst man diese Sachlage jetzt. Ja, ich bin von Lauterbach hergefahren, so 20 Kilometer, um das zum Ausschauen. Der Radweg wird ganz berühmt sein. Es wird ein Juwel im Landkreis Freisig, deutschlandweit, europaweit würde ich sagen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt muss man auch mal ausprobieren, die Buckelpiste. Ja, der sollte ursprünglich eigentlich gerade sein auf der Ebene, die man hier sieht, ohne die Hügel. Leider ist relativ spät erst aufgefallen, dass in dem ursprünglich geplanten Zustand dann die Zufahrten an die Kreisstraße hier angrenzenden Feldern zu steil geworden werden und die Landwirte damit Probleme gehabt hätten, mit ihren Gefährten möglicherweise ihre Felder anzufahren. Dann zum anderen ist die Problematik, dass der G- und Radweg hier im Überschwemmungsgebiet der Amper liegt und wenn man praktisch komplett angeschüttet hätte auf die Höhe der Hügel jetzt, hätte man das ganze Volumen, das man hier auffüllt, an anderer Stelle als Ausgleichsfläche wiederherstellen müssen für die Amper. Und das ganze Projekt werden etwa drei Millionen Euro kosten. Also ich muss echt sagen, für mich gibt es Schlimmeres als so einen huckeligen Radl weg. Ich mache mir da jetzt kein Thema nicht draus. Also für den Kleinen war es jetzt so ein bisschen anstrengend, weil es eine müde Mittagszeit kommt. Und die Große fand es jetzt super, ein nagelneues Radl. Hat Spaß gemacht, hat sie gesagt. Also ich denke, es ist für jedermann schaffbar. Es sind ja keine großen Hügel, sondern eher Hügelchen. Und wenn jemand tatsächlich älter ist und gebrechlich ist möglicherweise, dann müsst ihr tatsächlich absteigen und das Hügelchen raufschieben. Ich würde es tatsächlich sportlich nehmen. Ich würde sagen, man hat hier mal eine kurze Strecke, die nicht gerade ist, sondern ein bisschen spannender. Ich meine, mit dem E-Bike geht es relativ einfach. Wenn jetzt ältere Leute fahren und müssen da bergauf den Kopf fangen, darf ich es nicht sagen. Radweg ist immer gut. Egal, ob er puckelig oder gerade ist. Ob es passt oder nicht passt, weiß man nicht. Dass er ein bisschen ein Schmarrn ist, auch klar. So 14-, 16-, 17-jährige Werte sind halt angenommen mit den Rollerpläts. Die tausen da, die düsten da auf und ab und das macht denen halt Spaß. So etwas gibt es nirgends anders. Also der wird so bleiben. Er wird nachher nicht mehr ganz so lustig ausschauen, wie er jetzt ausschaut, weil jetzt ist er noch nicht fertig. Die besagten Zufahrten für die Landwirte fehlen ja noch. Man kann durchaus Touristen hierher locken, glaube ich. Man kann durchaus herfahren und in den Landkreis sich verschiedene Ecken, die wirklich schön sind, anschauen. Und auch den Radlweg, den wir hier gebaut haben, der zwar kurios aussieht, aber mit Sicherheit schön und spannend ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017